so und willkommen zurück zum spiel nummer zwei am heutigen abend und zwar geht es um das spiel dredge ich weiß gar nicht wo also ich habe es jetzt auf youtube hauptweise schon gesehen ich selber habe es am tag des releases gekauft war mir auch noch nicht sicher da lag es ein bisschen rum ein zwei tage habe es dann gespielt und es ist schwer zu beschreiben weil eigentlich ist es eine art fischereisimulator okay der erinn der spielt auch fast alles was ich immer spiele es ist eine art fischereisimulator mit ja ich würde mal die horror das kommt später mit man muss sich das angucken für euch starte ich auch ein neues spiel habe ich überhaupt kein problem damit ich habe jetzt ungefähr in dem zeit drei oder vier stunden intus ich glaube das ganze spiel geht in der theorie zwölf stunden so das ist wobei ich kann ja hier einfach neun guck mal hier tag 38 in game wir gucken es einfach an ich will gar nicht so viel erzählen muss man erleben anglager sucht ich kann doch nicht mal richtig beschreiben was es ist also ist es hat etwas ein bisschen von ein gänsefüßchen rollenspiel strategie ist er nicht so aber es wird halt auch der geschichte erzählt nach und nach und du bist hier einfach reingeworfen wir haben uns also nur beworben weil hier ein fischer gesucht wird hier in dieser stadt das ist großstadt groß müssen wir gleich gucken und deswegen sind wir eigentlich hier und sind natürlich gestrandet sind gegen das ding geknallt aufgrund eines nebels wie sich bei nacht hier angekommen und das war ziemlich chaotisch genau ein rollenspiel und fischen und bist so umstände genau das morgenlicht blende dich und du versuchst dich aufzurichten du liegst auf dem kalten nassen dock wo du in der nacht zuvor zusammengebrochen bist ein kleiner mann bildt eine handvoll mitarbeiter die in der nähe gerade von bord eines boots gehen befehle zu der mann bemerkt dich willkommen im großmarkt ich muss schon sagen dein erster auftritt war ganz schön dramatisch du hast also bereits bekanntschaft mit dem zerklüfteten felsen entlang der bucht gemacht hast du den leuchtturm nicht gesehen er hat dich direkt angestrahlt aber egal ich freue mich dass unser neuer fischer noch am leben ist dein boot war total demoliert aber ich habe deine sache auf eines unserer alten boote schaffen lassen wir sehen uns später dann können wir die einzelheiten sprechen ich werde dich zum fischen rausschicken mal sehen ob du den frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst und zuletzt will ich dich noch daran erinnern bei sonnenuntergang zurückzukehren bevor der nebel aufzieht vergiss die zeit nicht sonst wird es unangenehm genau also es ist ein rollenspiel ähm äh ist ein bisschen wir müssen natürlich geld verdienen logischerweise ähm und erleben nach und nach hier dinge ah super feige ich war nur bei knapp 30 bisher aber wir fangen neu an und wir gucken mal so fahre vorwärts mit w drücke s und rückwärts und so weiter ähm so wir haben ein inventar unser frachtraum wir haben motor den wir natürlich dann später aufrüsten können äh angel ruten oder interne netze und so weiter und unsere mission fange fisch für den tag ne der bürgermeister hat mich gebeten so viel fisch wie möglich zu fangen ach ja guck mal hier steht er ich habe den bürgermeister äh den bürgermister von großmark kennengelernt hat mich rausgeschickt nur ein paar fische zu fangen und mich umzusehen schön hier er hat mich allerdings gewarnt dass ich vor einbruch der dunkelheit wieder zurück sein muss irgendwas wegen des niebels klang ein bisschen dramatisch ok na dann und das ist unser schiff wir haben dann so nochmal hier sicherheitshalber ein bisschen lampe an so drehe die kamera mit dings passe die höhe fahr zu empfangplatz beobachte die wasseroberfläche entdeckst du bewegst das wasser drücke f um zu fischen so und dann es ist auch eigentlich nicht groß kompliziert wir können das beschleunigen dadurch dass wir in diesen grünen bereichen oder in den markierten bereichen dann die aktionstaste drücken ähm und haben dann die möglichkeit diese sachen hier oh hier kommt sogar was seltenes eine trophäe gefangen praktisch wertlos aber genug um den hunger zu stillen ist aber ähm etwas größer und was äh äh ja wertvoller ist und die fischbestände sind natürlich unterschiedlich groß oder äh aus gestattet hier ne bestanden idrig sieht man gleich irgendwann ist es hier aufgebraucht geht es hier nicht weiter gleichzeitig guck mal hier oben gibt es halt die uhrzeit während wir stehen und nichts tun passiert mit der zeit auch nichts sobald wir uns bewegen oder irgendwas aktives machen bewegt sich die zeit und es kann ganz schnell passieren dass es halt dann dunkel wird so erschöpft und wenn man auf die karte guckt die karte ist groß mit groß meine ich wirklich groß was nicht heißt dass man das nicht schaffen würde oder ähnliches da gibt es natürlich auch unterschiedliche fischtypen wir können auch zum optimieren die sachen drehen und machen und tun oh ich hab daneben wenn man nicht trifft kostet natürlich viel mehr zeit so zeit läuft nur weiter wenn du in bewegung bist fischst du äh fischst oder bestimmte aktionen ausführt genau was der aaron schreibt also ich hatte auch bisher nicht das gefühl dass man hier unterwegs sein muss um zu grinden sondern das hat bisher ganz gut geklappt da drüben sehen wir zum beispiel da gehen wir gleich hin können wir sowieso noch nicht einsammeln es gibt hier unterschiedliche gewässer areale wir haben derzeit ich ja hier eine angel und da steht auch drin küstennähe können wir fische sammeln da drüben das ist anders material da kommen wir später dazu schaffen wir nicht und auch in dem tiefen wasser können wir nicht angeln weil wir dafür nicht die notwendige ausrüstung haben wir haben auch nicht immer die notwendige ausrüstung dabei zum beispiel hier haben wir sie auch nicht dabei denn es ist durchgestrichen das heißt aufgewühltes wasser flachwasser und du hast für diesen fangplatz nicht die richtige ausrüstung dabei das heißt wir müssen auch nach und nach unser schiff aufwerten was ich immer mache ist da hinten sieht man eine flasche guck mal was hier mit tab haben wir noch was in der kalite genau wir kriegen natürlich dann auch nach und nach für die unterschiedlichsten äh sachen die wir entdeckt haben also hier man sieht es ja 128 dinge die man entdecken kann äh dann informationen oh hier können wir angeln ach tatsache oh jetzt wird es langsam dunkel ich sollte mich mal okay da kommen wir gleich zu so scheinwerfer aktiv äh richtig richtig was der er meinte ist das hier wir können hier äh das fernrohr aktivieren und können dann zum beispiel hier gucken ach äh können wir derzeit nicht sammeln könnten wir in küsten die tintenfische was haben wir da hinten ui dretsch irgendein schatz ozeanisch wähle deine scheinwerfer indem du eh gedrückt hältst das machen wir mal wegen dem assistenten so kann mich auch verraten so und oben sehen wir jetzt zum beispiel so ein auge aufgehen was auch immer damit passiert und wir sehen wie jetzt alles in diesen nebel verschwimmt und vielleicht sehen wir das auch aber die sachen kann man uns angucken eine treibende boge sie soll einen sicheren weg durch gefährliche klippen und unsichtbare hindernisse weisen das schwache licht schenkt einen kurzen moment des trostes in der düsternis der nacht ne man sieht es hier noch nicht äh vielleicht später genauer denn da glitzert was nebel und andere dinge können deine panik steigern reduzieren lässt sich dieser wert durch helle scheinwerfer und ausreichend schlaf der leuchtturm ragt über dir in den himmel gegen die gefährlichen klippen darunter schlagen endlos die wellen alle kreaturen seien sie menschlich oder nicht würden zerschmettert und ihm zu füßen geworfen du sinnst über dieses bauwerk inne wundemacht äh nach diese steinende säule von der zahllosen leben abhängen wie lange wird er dort noch stehen wie lange noch bis er einstürzt seinen zweck erfüllt hat der leuchtturm ragt über dir in den himmel man sieht dass nach und nach die sachen verschwinden verschwinden ah hier hat man gerade gesehen und auch bestimmte äh jetzt ist er weg seht er das da und das wird dann nachher richtig fies dass äh äh diese darstellung hängt von unserem licht ab äh ja aber das dauert ein bisschen also das hat ein sehr geniales ambiente bisher und äh also was ich jetzt hier meint man sieht jetzt äh unser schiff hat äh haben wir die beleuchtung aktiv nicht äh hat eine beleuchtung man sieht es hier und es wird umso komplizierter wenn man nachts aus Versehen dann irgendwo rumreist dass dann nachher auf einmal irgendwelche Sachen vor allem aufragen du gehst in Rosmark an Land der Bürgermeister wartet in der Nähe ah ich sehe du bist wohlbehalten zurückgekehrt sehr gut bevor du in die Stadt gehst sollten wir noch über deinen Boot sprechen wie ich schon sagte war ein altes Boot zu stark beschädigt um es noch zu reparieren ich würde dir aber sehr gern dieses Ersatzboot vor äußern es könnte bei dir gehen ich nehme an dass es dir im Moment an nötigem Kleingeld fehlt also gebe ich dir ein Darlehen doch ich will es dir leicht bis deine Schuld getilgt ist wird ein winziger Teil deiner Fischfang einnahmen der Schuldenbegleichung dienen und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönungsmaßnahmen investiert also um es noch einmal kurz zusammenzufassen du verkaufst Fische auf dem Markt um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung somit Nahrung zu versorgen du kapiert der Fischverkauf hilft der Stadt und begleicht meine Schulden verstanden also los jetzt und verkauf deinen Fisch solange er noch frisch ist das kommt nämlich auch noch dazu das Ding wird ja auch schlecht wir haben noch 50 Dollar verbleibend im Darlehen du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft Fliegen umschwirren einen melakolisch wirkenden Mann der hinter dem Tresen steht du bist also eine neue Fischer was überrascht mich dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat was ist denn mit dem anderen passiert hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag das Leben hier ist nicht für jeden was kommen wir zum Geschäft ich bezahle dich für Fisch je größer und frischer desto mehr Geld gibt es auch sind manche Arten wertvoller als andere andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr aber da du ja hier noch Schulden hast schlage ich vor dass du die erst einmal abbezahlst also lass mal sehen was du da hast ok jetzt können wir die Sachen verkaufen wir können auch sagen alle verkaufen machen wir jetzt auch haben noch Schulden so ähm ok habe ich jetzt ok der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischer hervorragende Arbeit ich habe keinen Zweifel daran dass du dieser Stadt vermutzt sein willst hmm sieh mal das habe ich unten bei den Docks gefunden ich bin sicher jemand wie du weiß was damit äh was man damit anfängt warum nimmst du es nicht und noch eine Sache unsere Schiffsbauerin erwähnte dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte schau doch mal bei ihr vorbei so was wir jetzt hier bekommen haben äh ist so ein Forschungspunkt und mit diesem Forschungspunkt können wir äh Sachen erforschen vielleicht zum Beispiel einen besseren Motor denn wir haben derzeitig was für ein Motor ja obwohl der ist 14 Knoten da brauchen wir äh so dann erforschen wir mal in der Angel ähm was haben wir hier flexible Angelrute die ist für Fischarten, Küstennähe und Flachwasser das wäre für ozeanisch zum Fangen denn später man sieht hier die haben unterschiedliche Möglichkeiten ich glaube man muss sie alle machen um das dann nachher hier äh zu aktivieren wir können aber erstmal gucken was die Schiffsbauerin hat wir hatten nämlich nämlich eine Quest als du die Werft betrittst siehst du die Schiffsbauerin die gerade einen kaputten Rumpf repariert sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu da muss der neue Fischer sein ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe bezahlt wird im Voraus und jede dieser Arbeiten benötigt Zeit und sollte es Schäden am Boot geben wegen der Felsen oder warum auch immer ich kann es zu viele flicken meistens sie zuckt mit den Schultern und weist auf den Rumpf den sie gerade repariert etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen dreht sich ruhig um aber denkt daran je größer das Ausrüsteteil ist desto länger dauert der Einbau also planen sorgfältig Reparaturmodus aktivieren brauchen wir nicht dann werden wir automatisch repariert so wir könnten jetzt zum Beispiel haben das Geld natürlich nicht diese beschwerte Leine holen denn obwohl er hat ja schon 35% ne dann brauchen wir sie nicht holen das ist einfach nur die Geschwindigkeit wie schnell wir dann Sachen rausziehen können das ist aber obwohl das ist Flachwasser ja doch vielleicht dann doch aber derzeit können wir es uns nicht leisten wir können andere Motoren die sind aber schlechter als die was wir haben lassen wir also sein ich glaube es bringt nichts mehrere Motoren zu haben äh sollte es doch der Fall sein dann äh gerne Korrektur aber und wir können Lampen anbauen die uns dabei helfen dass wir im Dunkeln sehen können wenn wir es doch mal nicht rechtzeitig geschafft haben so dann gucken wir mal dann forschen wir einfach mal ich denke mal so eine Kombinationsangelroute wäre schon praktisch und weil es dunkel ist wir haben auch ein Lager das heißt wir können hier Sachen zwischenlagern weil wir haben nicht unendlich viel Platz das Gute ist wir können ins Lager alles reinpacken woanders hinfahren und dort das aus dem Lager wieder rausnehmen das fand ich sehr praktisch äh weil du hast später keinen Platz äh es gibt irgendwann nachher die Möglichkeit das Schiff weiter abzugraden ähm dass wir mehr ähm Platz äh bekommen mehr Lagerplatz im Schiff und so weiter aber das dauert eine Zeit lang so dann schlafen wir jetzt erstmal denn ähm wir müssen erstmal unsere Schulden aufbauen achso warte mal wir haben noch haben wir noch was bekommen eine Nachricht haben wir ja gehabt es ist der Morgen des zweiten Tages unserer Flitterwochen unser erster richtiger Urlaubstag äh bin ich grad bei in Lütternat das äh war die Flaschenpost die wir gesammelt haben ähm heute wollen wir um die Inseln und zu den Buchten auf der Rückseite von Großmark segeln äh ich liebe diese Felsen ihre Farbenpracht und Struktur außerdem fängt man in diesem flachen Gewässer nicht viel also kann ich sicher sein dass er die Hand am Steuer lässt statt zu angeln äh er hat das Boot letzte Nacht umbenannt in Juli äh mit einer feierlichen Taufzeremonie und allem drum und dran er hat das ernster genommen als die Hochzeit wahrscheinlich ist es wichtig alles korrekt durchzuführen wenn man keinen Unglück darauf beschweren will er wollte alles wegwerfen auf dem doch der alte Name stand aber ich habe die alte Schlüsselkette aufgehoben Reichtum des Meeres war ein guter Name er hat bestimmt ein äh äh Überraschungspicknick vorbereitet ich kann in der Kajüte unter einer Decke einen Picknickkopf der Vorluge sehen ich liebe es wenn er versucht romantisch zu sein ne ne wir waren zeitgleich ich bin ein bisschen früher gestartet aber ein bisschen mehr Zeit wir müssen jetzt nämlich unsere Schulden abbezahlen denn diese Last die liegt ganz doll auf hier Tintenfisch Pfeilkalmar und erschöpft hier kommen wir ja nicht hin ja hier kommen wir nicht hin die können wir komischerweise die können wir aber ich glaube das hängt davon ab wie tief die im Wasser sind die Fische und was ich meinte dass man das vielleicht immer so nebenbei spielen kann es hat wirklich eine sehr interessante Atmosphäre und ähm in gewisser Hinsicht entschleunigt das hier unter auch ganz gut Mist Mist dieses Inventarmanagement ist äh nicht mal unwichtig denn äh manchmal muss man echt jonglieren um alles vielleicht mitnehmen zu können was man mitnehmen möchte vielleicht und guck mal hier drüben ist auch noch ein Örtchen hier gibt's einen Händler aber okay du betrittst ein hell erleuchtetes Geschäft das ist vollgestoff mit Antiquitäten in Regalen lagen Schmuckstücke und anderer Tant ein alter Mann sieht dich über den Rand seiner Brille hinweg an hallo ist das nein wir haben uns wohl noch nicht kennengelernt verzeih mir meine Augen sind nicht mehr die Besten ich habe mich auf Antiquitäten Schmuck spezialisiert ich kaufe alle besonderen Schmuckstücke die du mir bringst hast du euch vielleicht etwas Schönes für mich nein haben wir leider nicht okay auch hier können wir wieder auf das Lager zugreifen egal wo das gerade auch ist ach warte mal wir haben wieder ach so in Enzyklopädie eintragen wegen dem Pfeilkei war können wir die hier vielleicht nein können wir nicht müssen sowieso langsam die Uhrzeit überhalten so mehr kriegen wir leider nicht mit und es wird langsam wieder dunkel was das da ist weiß ich noch nicht oder könnte man theoretisch mal hinfahren ich weiß aber nur nicht wir sind jetzt da und das ist links von uns irgendwie hier oder so so ich habe eine Sonderbestellung reinbekommen wenn du sie erfüllst kann ich dich besser als sonst bezahlen okay erzähl mir von der Bestellung der Kunde will eine Golfflunde und einen grauen Aal bring sie mir einfach wenn du sie hast um die zu fangen brauchst du eine Angelausrüstung für Flachwasserfische den Schiffsbauern kann dir da sicher weiterhin solltest du hier auf der Jagd nach besonderen Arten gehen konsultiere deine Enzyklopädie dort findest du alle nötigen Informationen gut dann wenn man jetzt hier mal guckt kostet 29 der 1234 609 und die Größe ist entscheidend und die Frischigkeit so allen verkaufen so Schulden ist nicht mehr viel wie viel Kohle haben wir wir haben genügend Kohle glaube ich für eine Angel wir haben noch 7 Dollar so wir brauchen für Flachwasser wir nehmen die böse Angel her die Große so und dann schlafen aber oh eine gebeugte Frau kommt die Stufe des Leuchtturms herab und auf dich zu sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sichtlich beurrückt an was willst du hier ich bin gekommen um zu fischen für eines gleichen gibt es hier nichts mehr zu holen also tu dir selbst ein Gefallen und verschwinde sie dreht sich um und schlurft wie den Vatina auf der zum Leuchtturm führt oh der Bürgermeister genau dich wollte ich hier sehen wärst du zufällig nach Osten Richtung Kleinmark könntest den Dockarbeiter dort bitte dieses Paket zu stellen der Bürgermeister übergibt dir ein kleines feuchtes zusammengeschmiertes Paket es tropft ein wenig der Dockarbeiter wird dich bei Lieferung bezahlen bitte beeil dich ich will nicht dass es verdirbt vergiss nicht deinen Kompass und eine Karte zu benutzen falls du dich verirrst aber das ist doch bloß gegenüber das ist da unsere Ziele werden dann auch mit einem schönen netten Kreuz da markiert sodass man auch weiß wo man hin muss achso übrigens das Schiff kann auch Schaden nehmen so apropos Schaden in die Missionsliste wir haben einmal einen Sonderwunsch ich soll eine Golflunde an einen grauen Aal fangen brauche eine Angel die sich verflacht und wir haben eine Lieferung das heißt damit wir hier ein bisschen vorankommen könnten wir jetzt hier mal schauen ob wir hier irgendwie sowas finden zumindest nicht im direkten Blickfeld ja das ist sehr schaden wenn man Schaden nennt guck mal hier was seid ihr denn hier? nie kann man doch nicht und jetzt gehts nämlich schon los hier mit dem Jonglieren so und dann brauchen wir eine Flunder da kommen wir noch nicht hin ozeanisch da ist der Kabel ja auch der mit dem Kabel klaut da ist der Dredge oh da siehts gut aus in die Richtung müssen wir auch hin Aufmerksamkeit die Flunder so ein bisschen dicker und dann aufmerksamkeit die Flunder so ein bisschen dicker So, jetzt geht's nämlich schon los. Mit dem Optimieren. Falls das überhaupt geht hier. So, der Rest ist aber nicht mehr in der Form möglich. Okay. Muss man leider aufhören. Aber wir können das Päckchen schon mal abgeben. Ja, du musst die Quick-Light-Means nicht machen. Weil die sind nur dazu da, dass es schneller geht. Wenn du sie versiebst, dauert es ja länger. Hm, ist das eine Lieferung? Mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Päckchen vor deinem Blick abschirmen zu wollen. Ja, ist schön frisch. Eignet sich bestens. Und ich soll dich jetzt wohl bezahlen, was? 25 Dollar hinzugefügt. Er gibt dir ein wenig Geld. Ich habe diese alte Schwarte für ein paar Wochen bekommen. Konnte damit aber nichts anfangen. Hier wird sie sicher ein Meer nutzen. Nachhaltiges Fischen der Kajüte hinzugefügt, okay? Er zieht ein zerknautschtes Kuchen aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige der Seiten sind zerknickt. Bewahre es in der Kajüte auf. Vielleicht kannst du es auf See lesen. Komm gerne auch mal zum Plaudern hierher. Ich weiß, wie einsam es sein kann. Na, und wir können mal zum Plaudern hierher. Wie läuft der Tag so? Wie ist es so eine Doxa-Arbeit? Oh, so wechselhaft wie das Wetter. An den meisten Tagen ist es ziemlich ruhig. Die Bezahlung ist nicht besonders, aber die Arbeit ist einfach. Das passt mir gut. Es ist schön, die frische Brise genießen zu können, ohne aufs Wasser zu müssen. Nichts so ungut, aber ich wollte da nicht jeden Tag raus. Was kann ich doch für dich tun? Nichts weiter. So, in der Kajüte haben wir jetzt... Mal gucken. Ah, nee, nicht in der Kajüte. Wir haben... Doch. Ach, hier unten ist es ja. Ich bin doch. Wir haben nämlich in der Kajüte das Bücherregal. Die ganzen Bücher, die wir bekommen, sind da hier aufgelistet. Und jetzt haben wir zum Beispiel das Buch Nachhaltiges Fischen. Und während wir jetzt auf See sind, wird Zeit investiert, das zu lesen, abzuschließen. Und wenn es abgeschlossen ist, bekommen wir irgendeinen Bonus davon aus diesen Sachen. So, das machen wir jetzt auch mal. Damit man vielleicht den Unterschied sieht. Das heißt, wenn ich jetzt... Ähm... Achso, jetzt kann ich nicht fahren. Aha. Aber apropos, wir können mal... Kriegen wir durch Umsortieren mehr Platz hin? Ja, weniger. Oh. Ja, wir sollten... Wir sollten die Spezialaufgabe abgehen. So, und während wir jetzt fahren, mal gucken, ob es jetzt hier klappt. Drei Prozent haben wir schon abgeschlossen. Weil wir haben ja viel Zeit hier, wenn wir auf dem Wasser sind. Sechs Prozent. Guck mal mal zum Fisch hin, ne? Hast du schon den Fisch für diese Bestellung? Ja, ich glaube ja. Lass einfach hier, was du schon hast. Ich lege die Bestellung auf Eis, bis alles fertig ist. Ist auch das Gute, wir müssen alles nicht zum selben Zeitpunkt hier abgehen. Sondern, es reicht doch so. Und die beiden Fische haben einfach mal 57 Dollar gebracht, ne? Der Fischhändler wickelt den Fisch ein und gibt dir ein wenig Geld. Gut, gut. Damit sollte der Kunde zufrieden sein. Ich habe hier noch eine Bestellung. Dieses ist ein wenig spezieller. Gewünscht wären ein paar Kalmare und ein ganzer schwarzer Zackenbarsch. Heutzutage fischen nicht viele nach Kalmaren. Denn diese Art ist nachtaktiv. Und du weißt ja, was nachts hier los ist. Also viel Glück. Nee, weiß ich nicht. So, ich hoffe, die Bögen haben sich den Fang nicht gestappt. Sie sind hier echt ne Plage. Okay, jetzt können wir... Nein, ich habe sie in den Lager gepackt. Wollte ich nicht. Wir können es direkt hier aus dem Lager verkaufen. Das ist gut. Verkaufen, verkaufen und verkaufen. Und ich glaube, wir sind jetzt schuldenfrei. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgeregt zu sein. Sein Schritt ist federnd. Es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmarkt weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zurück zukommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Mit meiner Kohle wurde es jetzt aufgebaut, dass jetzt das Trockendock wieder ist. Das ist das Trockendock. Hier können wir in deinem Boot ein paar prägnante Verbesserungen verpassen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkten für Ausrüstung und sogar einem besseren Rumpf. Für diese Projekte brauchen wir einen ordentlichen Vorrat an Material. Bauholz, Metallschrott, solche Sachen. Und wie komme ich an Material? An der Küste findet man jede Menge gutes Material. Vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Ich bin sicher, du findest einen Weg, etwas zu besorgen. Materialien für Verbesserung werden hier gelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, diese Abkürzeln durchzuführen. Ja, ich habe kein Material jetzt. Und wir müssen wirklich... Ich bin bisher angekommen. Wir müssen wirklich... Alles in diesem Zweig machen, damit das aktiv wird. Was ein bisschen schade ist. Also, es ist egal, wie wir es machen. Um die nächste Stufe zu bekommen mit mehr Rumpfplätzen, müssen wir alle Sachen vorher gemacht haben. Wir haben eine Mission. Zweimal Fallkammer, einmal schwarzer Zackenbarsch. Warte mal, ich rede mal nochmal drinnen mit der Dings. Und das ist das, was da hinten leuchtet. Jetzt ist es weg, toll. Da drüben ist auch noch was. Ist relativ dicht bei. Können wir nicht mitnehmen. Ach, schöne Musik. Oh, da war das eine Flaschenbrust. Wir hatten... in den seichten Gewässern hinter Großmark gäste ein kleiner Unfall. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Felsenfonds auf und das Boot rammte ihn. Der Rumpf wurde nicht durchschlagen, aber wir wurden ordentlich durchgeschüttelt und ein paar Sachen gingen über Bord. Wir haben nicht gesehen, was es war, aber wir glauben, es war nichts Wichtiges. Er brütete später noch über den Notizen zur Unbenennungszeremonie. Er fürchtete, er könnte dabei etwas falsch gemacht haben. Ich wusste gar nicht, dass er so aberglörig ist. Ach so. Hinter Großmark, also sprich da hinten rum, ist ja irgendwas. Aber das hier gleich mal mitnehmen. Du, hier tauchen Felsen wirklich ganz tolle schnell auf. Die wissen ja nicht, wann sie gefahren sind. So, apropos mit dem Lager, wir können das jetzt nämlich an jeder Stelle ins Lager packen. Man muss natürlich auch passen, dass er frisch ist wegen dem Verkauf. So, verfallen ist Anwesen. Die Tür ist verschlossen. Okay. Können wir noch ein bisschen was anderes mit holen hier? Die hier zum Beispiel. Okay. Das ist ein bisschen was. Wird gleich wieder dunkel. Toll, schon erschöpft. Oh, was seid ihr hier? Ein schwarzer Zackenbarsch. Oh, jetzt wird es aber düster hier. Haben wir hier noch was mit? Ah, komm. Risiko. Ah, schon seltsam. Ähm, es erholt sich. Sobald ich das so in den Kopf habe. So ein Fischhändler. Hast du schon den Fisch für diese Bestellung? Ja. Lass einfach hier, was du schon hast. Ähm, auch wir haben sogar komplett. Super, guck mal hier. Oh, was? Oh, was? 91 Dollar. Der Fischhändler wickelt den Fisch ein und gibt dir ein wenig Geld. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Nacht zu fischen ist schwierig. Ich wollte eine neue Geschäftsidee mit dir diskutieren. Es geht dabei um Krabbenkörbe. Ich habe hier tatsächlich einen für dich. Er ist ein bisschen verbeult, aber du könntest ihn bei der Schiffsbauerin reparieren lassen. Fischkeit freigeschaltet Krabbenkorb. Ringe Krabbenkörbe aus. Standort nicht vergessen. Sollte unkompliziert sein, wirft das Ding auf See einfach irgendwo aus und nach ein bis zwei Tagen siehst du nach, ob du was gefangen hast. Ich habe da einen Kunden, der möchte eine Winterkrabbe und eine gemeine Strandkrabbe. Beide Arten findet man hier in der Gegend. Was für ein lausiger Fetter, ne? Ähm. Wir sorgen, dass die nicht holen müssen. Was haben wir? Wir haben ein bisschen Kohlen. Und den Rest verkaufen. Sehr gut. Deine Ausrüstung könnte in Wartung vertragen. Wir können das reparieren. Habe ich Schaden genommen? Tatsache. Okay. Motor irrelevant. Der Rest. Aber eine Lampe ist, glaube ich, ganz gut. Pass auf. Wir nehmen mal eine Lampe mit. 750 Lumen, 20 Meter, 500 Lumen. Dann nehme ich doch die große. Achso. Sehr gut. Sehr. Habe ich noch was im Lager? Oh ja. Warte mal. Ich habe dieses Buch hier gefunden. Es könnte nur nützen. Ruten, Rollen und Leinen. Okay. Okay. So. So. Guck mal hier. Ach, die sind verdorben. Aber ich kann sie doch verkaufen, die Verdorbenen. Immerhin. Zwar nicht ausreichend, aber immerhin. So. Upgrade ist der Wetter nicht. Ruhi. Was sagt denn eigentlich unser Buch? 90 Prozent abgeschlossen. Okay. So. Und jetzt Krabbenkorb. Unten links sehen wir jetzt, wie tief und ob man da viele findet. Hier ist zum Beispiel... Probe einen fein lassen. Wie sieht es hier drunter aus? Und dass ich hier... Ach komm. Raus damit. So. Und so gehen wir Tag ein, Tag aus, unseren Tagwerken nach. Mal gucken, wann wir die Krabben kratzen. Mal gucken, wann wir die Krabbenkriegen hier. So. Jetzt müssen wir langsam wieder ein bisschen jonglieren. Aber wir haben hier keine große Möglichkeit. Also wir kriegen jetzt nur noch einen Fisch mit. Oh. Groteske Makrele. Okay. Okay. Mission hinzugefügt. Was ist hier passiert? Zeig ihm den Fischhändler. Äh. Ja. Das mit den Inventarerweiterungen... Äh. Guck mal hier. Nachhaltiges Fischen haben wir jetzt erledigt. Chance von 10% den Fischbestand nicht zu gefährden, wenn man einen Fisch mit der Angel fängt. So. Dann machen wir Ruten und Rollen. Groteske Makrele. Vergammelte Schuppen und hervorstehende Augen. Was für ein Anblick. Anomalie von Makrele. Wird am Tag geangelt mit Angel- oder Schleppnetz. Also man bekommt hier auch, ähm, dann Informationen, wie oft. Also werden auch Statistiken dann nachher gepflegt. So. Wie sieht's da hier aus? Ah. Wir sind eigentlich voll. Okay. Dann, ähm... Wir können auch jederzeit, äh, zu unseren Dings hier gehen. Hier. Zu unserem... Korbprüfen. Da ist noch nichts drin. Okay. Aber vielleicht nach dem Schlafen oder so. Mal gucken. Das kann wirklich sein. Eigentlich ist doch alles total ruhig hier. Was willst du heute? Du übergibst den Fischhändler den grotesken Fisch. Er grinst, hält sich den Fisch dann direkt vors Gesicht und nimmt einen tiefen Atemzug. Das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Ich frage mich. Er lässt seine Finger über den Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Er drückt auf einer Seite hinein und etwas zeichnet sich unter den sich aufwörenden Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf. Aus seinem Magen zieht er ein kleines Stückchen Stoff, das auf dem Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Also so etwas ist mir noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding. Und den Fisch bezahle ich dir natürlich auch. Ist nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Ich bin sicher, du findest bald noch mehr davon. Und ich würde dich gut dafür bezahlen. Ein einst schönes Taschentuch, das man aus den Innereien eines grotesken Fisches gezogen hat. Verziert mit zarten, purpurroten Stickereien. So, jetzt packe ich mal ins Lager, nimmt nämlich keinen Platz weg. Also zumindest nicht im normalen Ritter. Huch. Ein Mann blickt durch das Fenster deiner Kajüte. Und zwar dich an. Sein Gesicht liegt im Halbschatten. Oder sogar im Schatten. Ich weiß, was du dem Fisch hintergebracht hast. Und damit wir uns richtig verstehen, ich weiß auch, was er dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Triff mich auf der Schwarzfelseninsel. Verlasse dafür die Bucht und fahr dann Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Triff dich auf der Schwarzfelseninsel. Okay. Die ist da unten. Könnten wir gleich noch schauen. Feuer frei. Ich glaube, der Warn war vorhin schon. Warte mal. Das sind unsere Krabbenkörbe. Was soll ich sagen? Das ist ungefähr. Bevor wir uns falsch verstehen. Ich weiß, was du wirklich letzten Sommer gemacht hast. Manta-Woche. Das ist doch so schön. Das ist so friedlich alles hier. Nimmst du mal lieber mit? Der Mann steht in der Tür und wartet auf dich. In einer Hand hält er ein altes Buch. Der Einband ist Pupofarben. Die Bänder sind Silber. Ah. Du bist gekommen. Gut. Ich will mich vorstellen. Ich bin Sammler. Ich sammle viele Dinge. Kunst, Artefakte, Schätze und Wahrheiten. Und Kurioses, das seltsame Begehrlichkeiten zu wecken vermag. Und du hast da etwas, was mich interessiert. Du gibst das Taschentuch dem Sammler. Er hält es ins flackernde Licht und betrachtet es genau. Dieses Muster ist unverwechselbar. Selbst nach so langer Zeit noch. Dieses Taschentuch stammt von einem alten Schiff, nachdem ich gesucht habe. Es ist vor vielen Jahren gesunken. Es hatte bedeutende Dinge geladen. Sie zu bergen wird eine echte Herausforderung sein. Und hier kommst du ins Spiel. Mein Vorschlag lautet, ich statte dein Schiff mit der nötigen Ausrüstung aus, um die Wracks und die dunklen Tiefen durchsuchen zu können. Finde diese verlorenen Relikte für mich. Und ich werde dich überreich belohnen. Du musst das Fischen dafür nicht aufgeben. Ich müsste mir dein Schiff nur für ein paar Stunden ausleihen, um alles Nötige einzubauen. Was meinst du? Eine hervorragende Entscheidung. Ich bereite die Ausrüstung sofort vor. Wir suchen nach einem Ring, einer Halskette, einer Uhr, einer Musiktur und einem Schlüssel. Ich würde dir empfehlen, dich in den Städten umzuhören und nach Schiffswracks und ungewöhnlichen Vorkommnissen zu fragen. Du solltest jeder Spur nachgehen. Komm zurück, sobald du etwas hast. Es geht schon dunkel gerade. Oh, was ist da? Wir riskieren es mal. Guck mal, da leuchtet es da hin. Wow, was ist da das? Oh, die kann ich nicht einsammeln. Was ist da? Oh! Oh! Okay! Okay, schlafen. Ich glaube, das Boot wollte nichts Gutes von mir, oder? Ich glaube, der wollte nicht nur Hallo sagen. Was ist das hier? Oh, jetzt ist es weg. Oh, warte mal, da drüben ist was so. Walden und Boot, ja. Was sagst du? Oh! 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 Das ist aber mehr. Weiß nicht, ob das so gut ist, was ich gerade mache. Oder hier. Genau, geballte Ladung, stopp. Ich verstehe. Jetzt wird es aber knappig, ja. Oh, es wird gleich dunkel. Ich muss weg. Warte, da, jetzt komme ich. Oh. Ich glaube, ich muss gleich wieder einsammeln fahren. Ich habe eigentlich keinen Platz. Da leuchtet auch noch was. Aber das sind auch nochmal Aale. Mist. Mist. Oh, der sieht nicht gut aus. Ein gebrochenes Rückgrat. Bizarre Wunde. Eine Reihe scharfer Zähne, die auf Rache aus sind. Oho. Das klingt nicht gut. Nee, wird nicht besser. Wird nicht besser. Oh, es ist duster. Der ist sehr auffällig. Der schwimmt weg. Man sieht aber auch sehr wenig andere Fischer, oder? Kann das sein? Das war schön, alle wecken hier. So. Uh. Was ist hier los? Ja, erstmal hier. Manche Fische bevorzugt tiefere Wände. Okay, das sind jetzt immer nur Sprüche. 47. Immerhin. So, dann packen wir das jetzt ins Lager rüber. Sehr gut. 325. Kann man irgendwas... Kann man nicht. Aber wir können hier eine Forschung machen. Wir haben ein Forschungsteil. Das packen wir hier in die Angel. Und jetzt haben wir eine flexible Angelroute, die Küstennähe und Flachwasser macht. Und mit der Küstennähe, die ist jetzt hier, damit machen wir nämlich Flachwasser und Küstennähe, können die jetzt auch ausbauen und bauen die dafür ein, wenn wir die Kohle hätten. Dafür kriegen wir 75, sind wir bei 400. Wie viel kostest du? 460. Ach, reicht nicht. Mist. Wir müssen noch... Ah, warte mal. Ich habe die Idee. Geht dein Moment. Hier dürfte uns nicht viel passieren, oder? Sprach ja und starb. Was? Wow. Da hinten ist das Boot. Ach so, warte mal. Der Anlass ist ja hier auch erledigt. Angelrouten holen Fische 10% effektiver ein. Das klingt doch gut. Ist das das Boot? Oh, das ist glückart. Ein Hubraum? Ohohohoho. Schreck. Nutzen wir mal die Zeit hier effektiv. Ohohoho. Ohohoho. Was ist das denn? Tastende Zungen winden sich wild um vergilbte schiefe Zahnreihen. Die oberste Zahnreihe ist nahezu menschenähnlich. Ist das gut? Noch einer. Tentakel sprießen aus einem leuchtenden Kern, der in einem galatartigen Sack ruht. Daneben liegen weitere schlafende Kerne. Was? Was war das? Überschreifungszeug? Ich weiß nicht, ob das da gut ist. Oh. Was leuchtet denn da? Oh. Hä? Was ist denn das? Boah. Die anderen reflektierten so komisch der nicht. Ob das Klubschauge guckt. Hübsch der nach Hause. Oh. Auf jeden Fall. So, ab zum... Hast du Kramm für diese Bestellung? Ja. Denk dran, wenn deine Krammkörper ein bisschen beschädigt sind, dann kann die Schiffsbauerin sie reparieren. Die sollten reichen. Schön, dass du mit dem alten Kompfers anfangen konntest. Du kannst dir auch noch mehr davon kaufen oder beschädigte Exemplare in der Werft reparieren lassen. Ich habe eine letzte Bitte. Wie du gesehen hast, können einige Fischarten hier seltsame Deformationen ausbilden. Was denkst du, was mit einem Menschen geschieht, der das Fleisch dieser Fische verzehrt? Man wird krank? Nun, wahrscheinlich. Aber ich will sicher sein. Bringe mir einen mutierten Fisch irgendeinen. Aber das muss unter uns bleiben. Könntest du einen dieser Mutanten fangen? Vergiss nicht. Jeder dieser anomanen Fische ist geeignet. Ich glaube, sie sind letztlich alle gleich. Heißt das, dieses Riesending hätte alles sein können? Auch ein Riesenfisch? Wer Fisch an, der nimmt den mutierten Fisch von dir entgegen, erpresst ihn gegen die Brust und drückt das schleimige Ding fest zusammen. Ja. Der sollte sich gut eignen. Hier, dein Lohn. Und warum nimmst du nicht auch gleich das hier? Für mich sind sie ohne Nutzen. Hörst du das? Es klingt wie leises Gewisperr. Du lauschst. Stille. In der stilles Raus beginnt die Hand des Fischhändlers zu zittern. Sein Gesicht verzerrt sich vor Angst. Bitte. Verkaufe, was nötig ist. Nein, geh. Ich muss mich um diese Kreatur kümmern. Schnell. Jetzt. Nein, ich will es nicht mit Lara. Ich mache immer wieder denselben Fehler hier. Die Tür des Fischhändlers gleitet hinter dir zu. Du hörst, wie ein großer Metallriegel vorgeschoben wird. Von innen verriegelt. Okay, wir haben die Fische. Mission. Suche nach Relikten. Finde den Schlüssel in den Markstädten. Okay. Haben wir dafür eine Karte? Nein. Wir sehen aber auf der Karte, wo unsere Dinger sind. Und in den Markstädten. Ach so. Großmark und Kleinmark. Ja, das kriegen wir hin. Bestimmt. So. Apropos. Jetzt haben wir doch genug Geld. Aha. Jawohl. Ja. Jetzt haben wir genug Geld für eine Angel, die beide jetzt ersetzt. Und können dann später eine andere Angel kaufen dafür. Wir können forschen. Wir haben zwei Forschungsteile. Wir könnten jetzt entweder eine hitzeresistente Leine für vulkanische Fischarten. Oder hier für Mangroven und Küstennähe. Mangroven. Ozeanisch ist, glaube ich, jetzt erstmal State of the Art, oder? Können wir das auch schon kaufen? Ah. Wenn du ein bisschen mehr aus deinem Motor nach raus willst, dann lies mal das hier. Geht aufs Haus. Sie zieht ein Buch aus einer Werkzeugkiste und reicht es dir. Einige der Seiten sind speckig und kleben zusammen. Ja, warum nicht? So. 410 kostet die jetzt. Eieiei. Komm schon mal. So. Leuchttung wird ein. Was willst du? Weißt du etwas über die Schiffswracks in dieser Gegend? Sie beugt dich misstrauisch. Es gibt da diese Stelle auf der Rückseite von Großmark. Die Strömung spült viele Wracks dorthin. In manchen Nächten sieht man ein unnatürliches Leuchten, das aus den Tiefen des Wassers zu kommen scheint. Ich kann mir kaum vorstellen, was dort unten sein mag. Wenn du also das suchst, was ich glaube, dann wäre es besser, du würdest umkehren. Weißt du von seltsamen Vorfällen? Ich sehe von der Spitze des Leuchtturms aus jede Menge merkwürdige Dinge. Manchmal frage ich mich, ob ich meinen eigenen Augen noch trauen kann. Sie hält die Laterne hoch und leuchtet dir direkt ins Gesicht. Bist du das, äh, bist das wirklich du, der hier vor mir steht? Oder ist das nur wieder ein Trick des Diebels? Wer lebt auf der Schwarzwaldinsel? Ich sehe von hier oben aus eine Menge. Ich sah das unglückselige Boot zurückkehren. Und ich habe weggesehen. Ich sah durch dieses Fenster ein wieder natürliches Flackern, was immer du planst. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Architektin. Du gehst auf eine Frau zu, die schweigend am Dock sitzt und ins Wasser starrt. Sie wendet sich dir zu. Wie ist es dort draußen? Es ist friedlich. Auf jeden Fall besser als hier in dieser verdammten Stadt. Ich muss mal hier raus. Vielleicht komme ich da nicht zurück. Zurückzublicken ist ein Fehler, oder? Man muss immer nach vorn schauen. Weiter gehen. Ich kann nicht zurück. Sie blickt wieder gedankenverloren hinaus aufs Meer. Sag mal, wenn du ein paar Materialien auftreiben könntest, würdest du mir dann helfen, umzuziehen? Ich meine richtig umziehen. Es gibt da eine Insel, von der ich gehört habe. Stahlspitz, liegt nördlich von hier. Zwei Einheiten Holz und zwei Einheiten Metallschrott. Das ist alles, was ich brauche. Ich könnte mir dort draußen ein neues Haus bauen. Du dürftest mich auch besuchen. Wenn du etwas findest, dann bring die Sachen einfach nach Stahlspitz. Ich bezahle dich, wenn der Job bei dir gut ist. Okay, ich denke mal, aber ich sollte schlafen, oder? Ach Quatsch, schlafen ist für weiche Eier. So, was haben wir denn jetzt? Das wird Stahlspitz sein. Und das ist, ähm, ist das die Stelle, die ich sagte? Achso, wir haben noch ein neues Bruch bekommen. Guck mal hier. Korrekte Motorbedienung. Zwei Bauholz, zwei Schrott. Und suche nach Relikten. Da leuchtet wieder was. Ah, da ist drüben was. Okay. Ähm, ja, ich kann auch an den Motoren forschen, das stimmt. Aber die Motoren, die ich jetzt forschen kann, sind, glaube ich, schlechter als das. Gucken wir mal. Sieht nach Holz aus. Ich glaube, das ist doch das Einzige, wo man wirklich was machen muss, hier an der Stelle. Ach, ich habe ja hier noch eine Vorschau. Ich bin tot. Was ist das da hin? Achso, das ist... Ach, das ist stark. Da muss ich ja erstmal Sachen holen. Oh. Teilschott. Schon wieder Nachmittag. Was ist das da? Windstrang. Okay. Ist das wirklich Windstrang? Nee, das ist die Inselgruppe hier. Was ist das? Was? Eine Felsplatte ragt aus dem Wasser. In sie eingeritzt sind grobschlächtige Zeichen von rechteckigen Fischen. Die Basis wurde grob mit einem Meißel bearbeitet. Oh, muss ich die Fische besorgen? Ah, ich muss diese Fische besorgen. Es ist doch immer derselbe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf von diesen... Ah, okay. Merken wir uns mal. Was ist das? Ah, ist das vielleicht das Schiff, was war... Alles, was von diesem Boot übrig ist, ist diese morsche Hülle. Zieh den Gegenstand näher zu dir heran. Zieh hinein. Wow. Alte Eisenkette. Einkäufer. Okay, damit müssen wir in das andere Nördchen. Sowas liebe ich ja. Was ist das hier? Der Stein summt leise und lässt die dich umgehende Luft vibrieren. Auf seiner Oberfläche flackern zarte Formen, die verschwinden, sobald du sie näher betrachten willst. Hand auf den Stein. Der kalte Stein reagiert nicht auf deine. Oh, jetzt wird es ein bisschen doch zu dunkel. Nee, ich habe keinen Platz, oder? Nee. Verein vielleicht. Moment. Na toll. Toll. Warum ist der so groß? Ach, du Heiliger. Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tja, haben wir ein Problem. Den Grieber nicht. Umsonst gefischt. Ich muss weg. Was ist das? Oh. Da ist irgendwas hinter mir. Ah. Was ist das? Ich sollte abends hier nicht... Nein. Nein, 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 nein. Nicht die Lampe. Okay. Puh. Kann ich da durch, ja? Vorsichtig. Puh. Ich werde nicht mehr verfolgt. Huh. Oh, oh. Nein. Ich werde nicht mehr verfolgt. Oh. Das ist ja creepy. Okay, die Liga sind alle fertig. Ist immer noch verriegelt. 25, 35 Knoten. Oh, ich glaube den 35er nehme, oder? Auch wenn der 3 ist. Warum ist der 9? Ach so, weil er bloß einen Platz verbraucht. Okay. Der verbraucht 4. Kann ich den überhaupt derzeitig anlegen? Ja, kann ich. Okay, okay, gut. Dann forschen wir den. So, wir könnten jetzt einen, also den werde ich nicht kaufen, weil der ist einen besser zu dem, was wir gerade aktuell haben. Weil wir haben jetzt einen, der ist 14 Knoten und der macht 15 Knoten. Also ist, glaube ich, jetzt nicht so viel wert. So, wir schlafen mal kurz. Vielleicht ist ja dann der Fischhörner. Ich habe heute schreckliche Kopfschmerzen. Warst du gestern hier? Ich kann mich nicht darin, aber was kann ich für dich tun? Ich wollte eigentlich nur verkaufen. Danke. Ich habe die Materialien. Was willst du machen? Ach so, die habe ich nicht. Bauholz ins... Ach, ich soll sie in der Stahlspitz bringen. Okay. Warte mal. Ich habe sie im Lager. Das heißt, ich kann so rüberfahren. Das machen wir auch. Wobei, die Krabben... Wuhu. Ach so. Alles leer. Okay, ist leichter. Alles leer. So, die sammle ich später ein. Ab nach Stahlspitz. Oder? Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, da gibt es die Möglichkeit, aufs Lager zuzugreifen. Da drüben ist irgendwas am Strand. Hier ist auch noch was. Ne, war gleich mit. Korrekte Motorenbedienung. Okay, was haben wir denn jetzt? Motoren bringen 5% mehr Geschwindigkeit als angegeben. Ein paar Ohrringe. Oh. Und schon wieder mittags. Oh, hier können wir auch noch sammeln. Mal gucken, haben wir hier? Wir haben nicht den Lager. Das Lager. Ach du Scheiße. Nein. Ich muss wirklich... Ich hoffe, das ist dicht hier rum. Das ist ja einfach. Zweimal Holz. Oh, wird gleich schon wieder dunkel. Verdammt. Das ist doch nicht Metall. Das ist doch noch mal. Ja. Jetzt packen wir gleich rüber hier. Ach, das wird kompliziert. Mal gucken. Kriegen wir aber hin. Wir lücken die Föhn. Ja, wir wohnen in der Ananas. Ganz tiefe Meer. Nein. 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 Arschgeil Gesicht. Nee. Trotzdem! Das war kein Schiff, das war so ein, so ein, ach hier, mit einer Laterne, so ein riesengroßer Tiefseefisch. Genau, so ein Anglerfisch war das. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Oh, warum ist das so schnell? Oh, ein Upgrade! Das ist so schnell! Ja, aber es gibt im Dunkeln die wichtigsten Sachen. Ich kann ja keine Ahnung, dass da auf einmal so ein Vieh kommt. Ja, sie hat ja auch recht. Das ist doch alles in Ordnung. Du hast alle mit dem Material geliefert. Du solltest die Architekte informieren. Verrottend. Na toll. Na toll. Forschung. Ab in den Motor. Jetzt sind meine schönen Dinger kaputt hier. Oh. Ab nach Hause. Ich hoffe, ich schaffe es noch rechtzeitig. Ja, aber ich musste doch looten. Ich musste doch looten. Ja, drüben ist auch noch Loot. So viel Loot. Vielleicht soll ich noch ein bisschen Fisch mitnehmen. Wäre nicht schlecht, glaube ich. Oh, das ist der Eckige. Oh, den holen wir uns nachher. Dann holen wir uns das Eckige und bringen es dann zu dem anderen Ding. Stimmt, der ist auch... Ach Mensch, jetzt wo du es sagst. Ach, verdammt. Wie konnte das nur passieren? Jetzt muss ich erst mal für teuer Geld reparieren. Ja, genau. Looten geht immer vor. Klar. Na, was denn hier an? Doch. Looten in der Nacht. Es gibt nichts Wichtiges. Ach, das hier um 8 ist schon die Paranoia ergreift. Die Architektin. Nee, erst mal reparieren. Sieht ein bisschen ramponiert aus. Ich kann das hier reparieren, wenn du möchtest. Ja, okay, 60. Kriegen wir noch hin. So. Guck mal, hier ist alles weg. Wegwerfen. 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 Ab ins Lager. So. Ah. Hä? Wieso habe ich denn 25,2 Knoten Fahrgeschwindigkeit? Hä? Was ist das? Ist das ein Bug? Ich habe 25,2 Knoten Fahrgeschwindigkeit. Ah, der Motor macht doch bis 14,7 Knoten. Äh. Ein Loco. Der macht dann 15,8. Der macht jetzt 14,7. Durch die Mehrprozent. Achso. Na gut, aber dann, äh, ähm. Das ist jetzt ein Knoten mehr. Ach, ich verstehe. Okay. Gut, danke für die Information. So. Architekte. Okay, du hast es geschafft. Nun, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren. Das muss weitergehen. Oh, die nehmen wir jetzt so mit. Lebe wohl, Großmark. Ich verlasse dich. Wir gehen aber erst mal schlafen. So. Das hat jetzt einen Grund, warum ich das so mache. Also bitte nicht hinterfragen. Warum haben wir hier so viel Platz? Eins, zwei, drei. Ich glaube, wir kriegen gar nicht so viele Fische zusammen. Bist du der eckige Fisch hier? Warte mal. Das ist der Zackenbarsch. Wo ist der eckige Fisch? Nochmal, Zackenbarsch. Das ist der eckige Fisch. Äh, da waren vorhin Fische da. Jetzt sowas. Jetzt sind sie nicht mehr da. Doch da ist noch Fisch. Mal. Kalmar. Dann waren noch andere eben da. Kalmar. Und nochmal. War toll. Da sitzt er, glaube ich, ne? Ne. Ist doch Flügel da. Da ist der Kabeljau. Was ist das hier? Ist der Kabeljau. Hat er sich versteckt vor mir? Fünf. Hier. Eins. Das war's. So, drück mal die Daumen, dass uns was Gutes widerfährt. Da ist ein Boot. Am hellerlichen Tag. Bitte. Bitte lasst es funktionieren. Auch mit ihm hier. Eine Welle spült über die Fische hinweg und trägt sie davon. Als das Wasser zurückweicht, siehst du, dass etwas am Felsen hängen geblieben ist. Komm da schon. Auf jeden Fall trifft es auf den Punkt. Eine Sehnenrolle. Küstendähe Flachwasser. Das ist... Okay. Fanggeschwindigkeitse... Handrolle, die mit dehnbarer Sehne umwickelt, ist ein Ende mit einem groben Knochenhaken verbunden. Das klingt aber... Die muss ich einbauen. Küstennähe Flachwasser. Aber nur 6%. Na, ich baue die mal ein und verkaufe die dann. Okay, damit ist das Ding hier erledigt. Schade. Okay, wir fahren erst mal rüber. So, jetzt mal davon abgesehen, wir spielen das jetzt hier anderthalb Stunden, das Spielchen. Wir sind so das... Also ich persönlich finde es gut. Und wir haben gerade nur an der Oberfläche gekratzt bei diesem Spiel. Und wer weiß, was da noch kommt. Vor allem ist ja noch viel zu entdecken. Wir haben ja noch nichts hier entdeckt. Äh, soll es wohl geben. Aber der hat hier noch keins. Aber wenn ich mir das hier angucke, kommt da bestimmt noch eine Menge. So. Angelegt. Ja, ja, das sollte genügen. Ich danke dir. Gib mir ein bisschen Zeit bisher, dass es aufgebaut ist. Dann bist du jederzeit willkommen. Sie greift in ihre Werkzeugkiste und holt eine Handvoll Teile heraus. Nimm die hier. Die kann man immer gut gebrauchen. Das sag ich doch nicht nein hier. Forschung Ahoi für die neuen Motoren. So. Bäm. Guck mal, dann können wir hier... Ach so, und jeder Motor hätte drauf. Wenn wir also von den vier Motoren hätten, wären das auch 40. Und haben natürlich mehr als das hier. Wie ist es mit Parry? Will das auch weiterspielen? Also ich persönlich werde es schon weiterspielen. Aber es ist nur das Feedback, ne? Äh. Ne, weil das Spiel einfach auch... Weiß ich nicht. Das ist so Lebensdauer, fünf Tage. Unbekannt. Letzte haben wir noch nicht. Angeln vielleicht nochmal was investieren. Eine Mangrove ist, glaube ich, ganz gut, oder? So. Na gut, Parry wird wahrscheinlich so in... ...den Slot-Film, den Matahari hinterlassen hat. Muss auch mal sein. Halt immer so ein Adventure, ne? Was? So, ich sollte mich... Was ist der kürzeste Weg? Ich glaube, der kürzeste Weg ist nach Klein... Huchala! Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich gerade hier mache. Ja, Matahari hat einen Slot hinterlassen. So was aber. Ja, das mag sein. Ich bin gespannt, wie sich das halt entwickelt. Rein jetzt hier von... ...how long to play ist das überschaubar. Und wahrscheinlich um Längen besser als Matahari. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Ah, wir können hier vielleicht den Krams verkaufen. Und wir können hier mit den Leuten vielleicht auch sprechen. Vielleicht wissen wir nicht. Ach, guck mal. Trauernder Vater. Und ein Dockarbeit hat ja wieder was sollst du sagen. Ui! Übernimmst du auch Lieferungen zur Schwarzfelsen? Die salte Ruine? Das bezweifle ich. Na, mal sehen. Er blättert durch ein großes Buch. Es scheint eine Liste mit Ladungsverzeichnissen zu sein. Deshalb habe ich mir gedacht, es gibt nicht einmal eine Lieferadresse. Soweit ich weiß, lebt dort niemand. Was kann ich noch für dich tun? Okay. Weißt du etwas über die Schiffswachsen der Gegend? Ein paar haben sich um den östlichen Teil der Insel gewagt. Die dürften jetzt alle auf dem Grund des Meeres vor sich hin roten. Die Boote dieser Armseelen zerschellen im Nebel an den Felsen. Dort gibt es einen toten Winkel, von dem man aus den Leuchtturm nichts immer sehen kann. Was kann ich noch für dich tun? Weißt du etwas über seltsamer Vorfälle? Vor ein paar Jahren habe ich in der Kneipe eine Geschichte gehört. Klang ziemlich haarströmend. Vor etwa 20 Jahren soll ein Fisch aus der Gegend eine verschlossene Truhe vom Meeresgrund geboren haben. Sie hebelten sie auf und nahmen sich, was darin war. In dieser Nacht zog zum ersten Mal der Nebel auf und seither höhlt er das Meer jede Nacht ein. Welche Teile waren das? Was in dieser verfügten Truhe war, weiß niemand. Aber alle, die hineingesehen haben, wurden verrückt. Oder Schlimmeres. Truhe und Mannschaft sind darauf schwullos verschwunden. Doch der Nebel blieb. Verrückt, was? Hallo, alles in Ordnung? Nun, also mein einziger Sohn ist vor einigen Jahren auf See umgekommen. Er ist immer noch irgendwo dort draußen. In einem dieser Wracks, ganz allein im eisigen Wasser. Der Mann ringt sich, dich umfassend, was sein ganzer Körper hinbebt vor Kummer. Ich habe mich gefragt. Mir ist aufgefallen, dass du an Bord deines Bootes eine Dredging-Ausrüstung hast. Wenn dir vielleicht einige seiner persönlichsten Sachen werden könntest, mit einem Andenken an ihn, könnte ich wohl leichter Frieden finden. Er trug eine Bronze-Gürtelschnalle mit einer speziellen Gavur. Ich würde sie wohl überall erkennen. Wenn du die für mich findest, stimme ich tief in deiner Schuld. Kann ich dir sonst noch etwas helfen? Weißt du etwas über seltsame Vorfälle? Ich gehe kaum mehr vor die Tür, ich bekomme also nie viel mit. Aber ich kann mich noch an die letzten Tage des alten Bürgermeisters erinnern. Kein schöner Anblick. Brühte herum und warf Sachen ins Meer. Wirf es zurück, schrie er wieder und wieder. pflegte ihn an. Heute ist in dem Wind. Heute kann ich ihn beinahe verstehen. Kann ich dir sonst noch etwas helfen? Ich sollte besser gehen. Finde die Gürtelschnalle. Okay. So. Wir haben Lagerspink. Wir haben Fracht. Wir gucken mal, was der Händler sagt. Hast du etwas Interessantes gefunden? Wie wäre es denn hier mit diesem Perlenohrring? Und im Lager habe ich da bestimmt auch noch was. Eine alte Eisenkette. Und einen Zitrinring. Sehr gut. Da sind ein paar Teile. Guck mal hier. Teile? Ne. Fisch. Was ist das? Ach. Okay. Ich kann jetzt ja nicht rüber flitzen. Ich wollte ja eigentlich hier was anderes machen. Das hier wollte ich machen. Dann gucken wir mal uns um die Insel hier herum. Das ist ja irgendwo zerschellt. Da glitzert auch was. Guck mal. Eine bronzene Gürtelschnalle. Eigentlich hätte ich ja was anderes gespielt. Aber meine Ware ist da nicht gekommen. Bisschen ärgerlich. Seit über einer Woche warte ich. Und das wird einfach nicht verschickt. Heute stand es drin, dass es heute kommen soll. Bis spätestens 20 Uhr. Mit der Deutschen Post. Und nichts ist passiert. Gar nichts. Und da ist auch noch was. War ich ein bisschen frustriert und enttäuscht. Das ist schon wieder Duckel geworden, oder? Ich konzentriere mich gerade auf das Ding hier. Nein. Nein. Shit. Ich muss hier rum. Da hinten ist das Boot wieder unterwegs. Oh, ich hoffe es sieht mich nicht. Das ist ja doch eins. TKKG? Oh. Ich glaube ich habe irgendwo noch welche. So, warte mal. Der traurende Vater. Alles in Ordnung? Wegen dieser Gürtelstelle. Dem Mann die Gürtelstelle geben? Ja, ja. Du gibst die Gürtelstelle dem Mann. Das ist, das ist wirklich sein. Oh, ich danke dir. Du hast sie mir zurückgebracht. Bitte nimm dies. Ich habe kein Geld, um dich zu bezahlen. Aber das hier könnte wertvollen für dich sein. Kann ich dir sonst noch mit etwas helfen? Dein Danke. Äh, forschen. Zwei Stück. Zu verkaufen? Achso. Anti-Wirrleiner. So, das kann ich hier verkaufen. Mann, das flutscht ja. So. Gucken wir mal auf die andere Richtung. Auf die andere Seite. TKKG, die Profis sind da. TKKG. Irgendwie so war das doch, oder? Ich bin ja, wie man vielleicht glanzläufig weiß, ja Ost-sozialisieren. Das heißt, eigentlich mit TKKG kenne ich selber nur, also nicht die Hörspiele. Das war abseits meiner Zeit, als die rausgekommen sind. Da kenne ich nur, ich glaube, was ist eine Serie? Eine Fernsehserie oder so war das, ne? Ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Ähm. Mit Tim, Karl, Klöschen und Gabi. Ich weiß gar nicht, wie gut die TKKG-Spiele sind. Ich weiß, dass es, glaube ich, sieben oder acht gibt davon. Hm. So, ich will doch das Zeugs hier drüben mitnehmen. Was ist das hier mit dem Wind? Weil ich habe das Gefühl, der will mich irgendwo, weil der auch so bunt ist, dass der mich irgendwo hinleiten will. Weißt du? Ist das jemand schon aufgefallen? Da ist es. Ja, es gab auch ein paar Spiele, die fand ich damals auch ganz gut. Und heute würde ich sie lieber zur Seite packen. Nehmen wir zum Beispiel, ähm, Matahari. Sicherlich war das Spiel mal gut. Und in Ermanglung an anderen qualitativen Spielen damals vielleicht auch, äh, eine Herausforderung. Ja. Aber aus heutiger Sicht... Schwierig. Schwierig. Ich glaube, hier in dieser Fahrrinne sind wir einigermaßen sicher, oder? Aber wir können die, die, ähm, Reusen hier mitnehmen. Beziehungsweise nicht Reusen, die anderen Dinger. Was ist das da eigentlich? Was ist das da eigentlich? Weißt du, die ganze Stadt hier verdient sich dumm und dämlich an mich. So, hier kann nicht repariert werden. Hier noch. Ach, guck mal hier. Die repariert hier drüber. Ah, sehr gut. Als hätten wir theoretisch hier die neue. 40. 40. 40. 350. Mh, ein bisschen happig. Da fehlt mir noch ein bisschen die Kugel. Okay. Was hätten wir denn hier? Zwei Frachtplätze für die Aufnahme von Angeln. Oh ja, hier. Ja, ja. Netzplätze, Motorenplätze. Ach ja, Motor. Motor, Motor. Motor. 450. Den können wir nicht verkaufen, weil der hier schon drin war. 450. Und wir würden einfach mal einen riesen Schub machen, um über das Doppelte. Okay. Das muss sein. Hm. 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 Wir müssen jetzt sammeln. Oh, hauerzacken, Barsch. Aktuell, da ist wieder ein Boot unterwegs. Yes. Viel. Oh. Da taucht einfach mal, guck. Ah, uch. Die Geräuschpolisse. Was? Iiii. Was schlüpft? Nie, iiii. Irgendwas ist mein Schlag. Iiii. Was ist das? Infiziert. Schnell verkaufen. Irgendwas schlüpft in meinem Frachtraum. Bitte nicht. Nein. Nicht meine schönen Waren. Schnell verkaufen. Vielleicht merkt das ja nicht. Oh. Du siehst da schäfst aus. Du vergisst doch nicht, einfach zu schlafen, oder? Nein. Ich sag ja immer, regelmäßig Pausen sind die beste Garant für Produktivität. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Infiziert. Ist auch nur noch 6 wert. 10. 77. Weg damit. Weg damit. Yes. Wir können uns einen neuen Motor kaufen. So, jetzt beginnt die Raumfahrt. Alter. Guckt aber auch, wie das abgeht hier. Da sind wir ja fertig, bevor wir anfangen. Da sind wir ja fertig, bevor wir anfangen. Da kann uns ja gut bleiben, ja was. War klar, dass da noch so eine dicke drin ist. Äh, was bringt'n die? Wissen wir nicht, ne? Lassen wir noch Reifen da drin. Dann muss ich dich. 37. Und so ein Dings bringt mal 10. Fünf, ne kleine Krabbe, lohnt sich ja gar nicht. Wobei, dafür müssen wir nicht, äh, ne? So, schnell noch wegbringen. Sauber. Ey, das geht ja hier wie Schmitz Katze, du. So, einmal schlafen. Jetzt können wir wohl mal weiter reisen in derselben Zeit, ne? So, warte mal. Wir könnten ja mal Stahlspitz gucken, was die da mal... Oder wir gehen hier hinten hin. Dazu müssen wir hier rum. Das muss man ein bisschen aufpassen, denn noch ist, äh... Na, hui. Ja, bitte nicht. Sind wir auf dem Off-Course hier? Ja. Irgendwo dahin. Ja. Was ist das da? Wie kommt man da hin? Und erschöpft. Ach, guck doch mal hier. Speedy Gonzales. So, warte mal. Wir müssen hier durch. Okay. Ach, da. Oh, jetzt war es tief versunken. Okay. Relikte entdeckt. Kehre zum Sammler zurück. Okay. So, was haben wir hier? Das waren die Aale. Bisschen Aal mitnehmen. Das ist ein Reliktschlüssel. Die sind zu groß. Das ist ein Reliktschlüssel. Ich bin jetzt. Oh. Oh. Jetzt müssen wir aber auch in Speyland drüber. Holla hi ha ho. Holla hi ha ho. Der Sammler wird unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden als angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gern helfen. Er blättert ein paar Seiten sein Buch um und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taum. Eile, Fähigkeit, enorme Geschwindigkeit, die ihren Preis hat. Geh nun. Wir müssen noch mehr Relikte finden. Mein Gefühl sagt mir, dass sie Ströme um Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Sucht beginnen kannst. Noch etwas. Die Worte, die du mir vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch birgt die Macht der Tiefe in Sicht. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Eile. Die Eileformel ist grausam und wirkt instantan. Sie verleiht deinem Boot schreckliche Geschwindigkeit. Sei jedoch gewarnt. Deine Motoren werden dabei extremen Belastungen ausgesetzt. Gibt es noch andere Kräfte, über die du gern mehr... Haben wir nicht. Okay, also es gibt mehrere Kräfte. Wie lange lebst du schon hier? Vor langer Zeit war ich ein Fischer, so wie mein Vater vor mir. Aber vor 20 Jahren ließ ich mich hier nieder. Ich musste mich auf andere Projekte konzentrieren. Das ist der Typ, der die Kiste aufgemacht hat. Die andere Geschichte, die wir gehört haben. Ich bemerkte, dass dieser Insel eine besondere Kraft inne wohnt. Diese dunklen Basaltsäulen, die sich weit in die Tiefe erstrecken. Noch etwas? Weißt du, wem diese Relikte gehörten? Ja. Wem denn? Er sieht dich an. Für einen Moment flackert so etwas wie bedauernd seinen Augen auf. Einem alten Freund. Noch etwas? Wo soll ich nach Relikten suchen? Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten... Okay, das ist das Normale. Okay, noch etwas? Sieh dir diese Schmuckstücke an. Beeilige mich nicht mit so vulgärem Plunder. So etwas kannst du vielleicht im Händler in den Kleinmarkt antreten. Noch etwas? Okay. Da unten. Okay, pass auf. Was sagt meine Fracht? Äh, ich muss erst mal... Wie spät ist es? Eile erhöht die Geschwindigkeit der Motoren, lässt aber auch Panik und Motorentemperatur steigen. Wo müssten wir hin? Da drüben hin. Pass auf. Weile mit Weile. Okay. Okay. Okay, ich werde mal nicht so doller. Was war das? Was ist das für ein Geräusch? Alter, bin ich jetzt schnell. Der 6 Millionen Knotenmann. Oh. Die Leuchtturmwärterin kommt aus dem dunklen Wald, der die Erstattung gibt. Sie kommt auf die Dock. Sie sieht irgendwie verwirrt aus. Oh, du bist es. Wen hattest du erwartet? Deine Motoren, sie klingen wie... Es tut mir leid, ich habe dein Boot mit ihm eines alten Freundes verwechselt. Wiedergeschlagen, dreht sie sich um und geht zum Leuchtturm zurück. Mit einem alten Freund. Können wir schon eins dieser tollen Upgrades uns beleisten? Scheinwerferplatz. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Jetzt können wir nämlich eine Lampe mehr, glaube ich, anstecken, ne? Und eine Lampe mehr heißt mehr Licht. Und mehr Licht heißt... mehr Licht. So, ich würde mal sagen... Wo müssen wir jetzt hin? Wir radern. Oh, mehr. Oh. Oh. Oh, ich mag ja klappen, ja. So. Einen Fisch verkaufen. Und Tschüss. Also da lang. Und Feuer feiern. Ein bisschen aufpassen, ne? Nicht zu dolle machen. Ach so, wegen Enzyklopädie von den gefangenen Fischen. Was ist das hier? Ich habe keine Blaumakrele. Blaue Makrele. Frage ist... Ah, ist der Blaumakrele. Ja. Ah, ist der Blaumakre. Wir helfen ihr, oder? Den Hunger zu stillen. Stelle den Hunger. Mit gekonntem Griff stößt sie die Hand in die Speiseröhre des Fischs und reißt ihm das Herz heraus. Sie stopft es sich kurzerhand in den Mund. Meer. Immer noch leer. Sie zeigt auf ein Bild einer zweiten Schriftrolle. Dieses sieht aus wie eine Tigermakrele. Makrele ist doch Hochsee, oder? Ozeanisch. Grauer Anisch. Aber wir sind doch schon... Ach, nicht bei Ansatzweise. Oh, ich glaube, ich reise erst dorthin, oder? Wo ist das? Ach so, da muss ich ja hin. Okay. Ja. Feuer frei. Oh, wir lieben Flipper. Flipper. Ja, ich würde da kommen. Jeder kennt mich. Da ist eine Flaschepast. Da ist eine Wirbelsteuerung. Einwohner von Unfällen. Was willst du? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich wollte für meinen Freund ein besonderes Essen zubereiten, aber es gibt ein Problem. In dieser Gegend gilt Reifer Miral als besonders Delikatesse. Du würdest ihn wahrscheinlich als verdorben bezeichnen, aber wenn man ihn richtig zubereitet, schmeckt das köstlich. Normalerweise vergraben wir den Miral in der Erde, um ihn reifen zu lassen, aber unsere Hunde buddeln ihn dann aus und fressen ihn. Ich kann das Thema nicht ansprechen, dann würde ich die Überraschung verderben. Kannst du mir also einen reifen Miral beschaffen? Ja, klar kann ich den besorgen. Danke, du bist zu großzügig. Du wirst auch belohnt, ne? Noch etwas? Was kannst du mir über den Klippen erzählen? Noch etwas? Weißt du, dass du übersetzterme Typen hier entgegen hast? Hast du die Geschichte von Magran schon mal gehört? Das war ein alter Walfänger aus der Gegend. Als die Wale langsam rar wohnen, mussten die Mannschaften immer länger auf See bleiben, um sie zu finden. Magran war dafür nicht geschaffen. Er entwickelte eine widernatürliche Faszination für eine Schriftrolle, die er auf einer dieser Fahrten fand. Er sagte, die Roller haben ihm verraten, wie man unsterblich wird, indem man mutierten Fisch verzehrt. Man begann, ihm Magran den Fischmann zu nennen. Eines Tages wachten die Leute in der Stadt morgens auf und stellten fest, dass in der Nacht sämtliche Leinen und Netze aller Boote zerstört worden waren. Und der alte Magran war nirgends zu finden und der tauchte auch nie wieder auf. Noch etwas? Nun kann ich ihm einen Fisch verkaufen. Wir fangen unseren Fisch hier selber, wir müssen keinen kaufen. Aber es gibt eine fahrende Händlerin und ihr Boot liegt seenseits der Bucht vor Anker. Sie kauft und verkauft beinahe alles und sie macht auch Reparaturen. So, wo kann ich hier mehr Ahr fahren? Oh, das ist nicht einfach, mehr Ahr zu finden. Ich hörte, er verbirgt sich gerne in den Felsspalten der Klippen. Die leichter zugänglichen Stellen sind wohl bereits leer gefischt. Du musst dich also zwischen die Klippen wagen, um welche zu finden. Oh, und habe ich schon erwähnt, dass er nur nachts herauskommt? Ja, ich glaube, er versteckt sich tagsüber. Viel Glück. Noch etwas? Oh, was mache ich hier? Das wollte ich eigentlich. Was willst du? Gibt es hier in der Gegend Schifffracks? Das eigentliche Wrack hier ist die Siedlung bei den Sturmklippen. Mein Bruder hat uns im Stich gelassen und ist auf diese verdammten Klippen gezogen. Ich nehme an, dass er seine Entscheidung nun bereut. Weißt du von seltsamen Vorfällen in dieser Gegend? Vor langer Zeit, nachdem der letzte Wahl gefangen worden war, setzte hier ein plötzlicher Exodus von den Sturmklippen ein. Dutzende Schiffe kamen hier vorbei, schwer bepackt und auf dem Rieg Richtung Norden. Die Leute winkten uns von dem Booten aus zu und riefen etwas, aber wir konnten sie nicht verstehen. Seither hat man nichts mehr von ihnen gehört. Was kannst du mir über Unfälle erzählen? Unfälle war mal eine Walfängerstadt, aber das ist lange her. Wir fuhren raus, erlegten eines der Tiere und dann machte sich der Rest der Stadt ans Werk. Doch vor etwa 20 Jahren begann die Wale sich rar zu machen und sieh uns jetzt an. Es reicht gerade mal so für eine neue Kerze. Ei, 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 ei. So, wir, ganz kurz machen wir noch. Ähm. Ja, das Spiel ist halt so unkonventionell, ja. Ein Sägebarsch. Noch ein Artefakt. Guck mal, wie schnell die jetzt unterwegs sind. Mama, guck mal. Ohne zwei Hände. Ahoi, ein neues Gesicht, dein Fischer nehme ich an. Perfekt. Na, wir werden es sicher gut verstehen. Ich bin Reisende und alles in einem. Solltest du deinen Fisch verkaufen wollen, ich nehme ihn dir gerne ab und verkauf ihn in der nächsten Stadt. Ich handel zu dir mit einer kleinen Auswahl an Ausrüstung. Du kannst dir meine Sachen gerne durchsehen. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei. Komm zu mir, wenn du handeln willst. Oh. Willst du ein bisschen plaudern? Brauchst du vielleicht Hilfe? Unterstütze? Sehr gerne. Ich habe Aufzeichnungen darüber gesammelt, wo sich welche Fischarten aufhalten. Die meisten konnte ich auf meinen Reisen finden, aber es gibt ein paar seltene Arten, die ich bisher vergeblich gesucht habe. Müsst du denn Informationen unterteilen? Na klar, dann kann ich dir gerne helfen. Großartig. Die Fische, die mir noch fehlen, heißen Riemenfisch, Pelikanal, Riesentiger, Salma und Quastenflosser. Na toll. Ich weiß schon ein wenig über diese Arten, also kann ich dir vielleicht die Richtung weisen. Was willst du wissen? Äh, Riemenfisch. Da der Riemenfisch einen langen und empfindlichen Körper hat, nehme ich an, dass er in tiefem, aber ruhigem Wasser lebt. Vielleicht ja in der Nähe der Sturmglücken. Was mit den anderen Fischen? Ja, Pelikanalen. Ich weiß, dass Pelikanalen in den tiefsten Tiefen des Ozeans leben. Und die zu fangen, benötigst du eine ganz spezielle Ausrüstung. Erzähl mir etwas über den Riesentigersalm, Lerb. Diese Fische sind wirklich ganz schön unheimlich. Sie gehen in trüben, schlammigen Gewässer auf die Arten, verbergen sich im Schatten der Brüder. Was mit den anderen Fischen? Der Quastenflosser. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, wo man Quastenflosser finden könnte, aber die haben doch unter etwas Urzeitlich an sich. Fühlst du dich auch? Was weißt du über die Sturmklippen? Also, da drüben liegt Unfälle, gleich gegenüber der Bucht, eine trostlose kleine Walfängerstadt. Die Leute da brauchen immer etwas gut für mein Geschäft. Die Einwohner sprechen immer zu über die Klippen. Die meisten fürchten sie. Ehrlich, ich verstehe nicht, warum sie hier bleiben. Manchmal dringt aus der Tiefe ein fernes Grollen. Ich bleibe hier nie länger als nötig. Bist du immer draußen auf dem Wasser? Ja, immer. Ich mag es unterwegs zu sein. Das Reisen ist mir sogar wichtiger als das Handeln. Ich bin also eher sowas wie eine handelnde Reisende. Ich komme viel herum, was sehr schön ist und ich treffe eine Menge Menschen, was aber nun manchmal schön ist. Siehst du manchmal seltsame Dinge auf der See? Seltsame Dinge? Jede Menge, aber ich versuche nicht allzu viel darüber nachzudenken. Sonst wird man irre. Weißt du? Aber hey, wenn man etwas Seltsames sieht, dann sieht man es vielleicht nicht richtig an. Denn dann wäre es vielleicht überhaupt nicht mehr seltsam. Oder vielleicht noch? Und noch dazu noch unglaublich gefährlich. Besser kein Risiko eingehen. Gibt es noch was? Nö. So, die hat eine Werft. Aber du kannst gerne an Bord kommen und dir alles ansagen. 90, 90 macht 180, macht 270. Mist. Oh, ich habe noch... Den kann sie nicht verkaufen. Mist, 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 Mist. Aber den kann ich verkaufen. Auf dieser Seite des Punktons verkaufe ich den Fisch, den wir verkaufen jetzt. Bei mir kannst du auch Krabbenkörper erstellen. Okay. Jetzt kostet er bloß da 16,50. Schweinerei. So, was hatten wir? 180 290 Das passt Sauber Jetzt haben wir eine größe Futzel Wir sind schnell Dahinten ist auch noch was Was ist hier oder? Ah, der hier Ach, hier müssen wir sogar hin Ach, da hinten müssen wir hin Ein alter Mann taucht aus einem der verfallenen Gebäude auf und humpelt auf dich zu Oh, sei gegrüßt Ich bekomme hier nicht oft Besuch Was ist dein Begehr? Mir scheint es nicht sicher zu sein, warum liebst du hier? Ich habe hier lange ausgehalten Um ehrlich zu sein, habe ich meine Situation neu überdacht Ich war hier so lange glücklich, meine Frau und ich hatten ein wunderbares Leben bis zum Zusammenbruch Jetzt bin ich allein und abgeschnitten durch Wasser und Land, umgeben von zitternden Felsen Ich könnte dir helfen, nach Unfällen zu ziehen So einfach ist das nicht Mein Bruder würde niemals Ich habe früher mit meinem Bruder in Unfällen gelebt Damals war er Walfänger Es lief nicht gut, wir haben uns oft gestritten Vor allem um das Erbe unserer Eltern und dessen gerechte Aufteilung Wir waren jung und dumm Als meine Frau und ich beschlossen, sie herzuziehen, nahm ich das Familienwappen einfach mit Ich habe es ihm gestohlen und jetzt nach all der Zeit kann ich ohne es nicht zurückkommen Aber wo ist es? Das ist ja das Problem Nach dem Zusammenbruch hat diese Kreatur den Schutt der Häuser in ihren Baul gezerrt Und das Familienwappen war darunter Es ist aussichtslos, ich weiß aber, wenn du es finden würdest Es ist ziemlich groß aus Walfischknochen Es würde mir enorm viel bedeuten Ich suche danach Danke, aber sei bitte vorsichtig Okay Eine Quest sagt die nächste Was sagt der Tag? Oh, da ist sogar eine Markierung Oh, da ist sogar eine Markierung Oh, der kommt doch. Alter Finne. Wer schwimmt da? Die Sau. Okay. Gut. Ich würde mal sagen, ey, der Gott ist ja schon um eins. Wir machen das am Feierabend. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir das versuchen, immer mal irgendwo zwischendurch einzuschieben. Vielleicht klappt es ja. Möglicherweise. Oh, da hinten ist gerade gepoltert. Muss ich da hin? Ja. Vielen Dank fürs Zusehen bei den beiden Spielen, die wir uns heute Abend vorgenommen haben. Einmal im Teil bei Perry Rodan und halt hier bei Dredge. Dredge, wie gesagt, man kann es echt nicht beschreiben. Es war ja am Anfang schon schwierig, das zu beschreiben, sondern man muss das halt einfach sehen. Und es ist eigentlich, keine Ahnung, dass dieses ganze Ambiente ist, was das Spiel ausmacht. Obwohl es einfach ist. Ja. Aber dadurch eben halt durch das Einweben in der Geschichte und ein drum und dran. Ja. Gucken wir mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder zu, ja, zum Thema Abend. Also sprich, reiß ich dann eben erst morgen wieder dran. Vier. Schlaf gut. Räum verschütteln uns noch. Und bis dahin. Euer Verheiratungs.